Psalm 46 Ein Lied der Söhne Korach, vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Warum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senkten, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfiel. Dennoch soll die Stadt Gottes feindlos nicht bleiben, die an Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebarot ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebarot ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Der Herr Zebarot ist mit uns. Untertitelung des ZDF, 2020